Ich freue mich endlich wieder auf einer Weihnachtsfeier zu sein, nach zwei Jahren Pandemie alle wieder zusammen kommen zu können und ich finde es total super, dass wir draußen alle zusammen feiern können. Hallo, wir sind hier auf der Weihnachtsfeier bei der Firma Herbert. Es gibt leckere Getränke, leckeres Essen, zum ersten Mal als Weihnachtsmarkt dekoriert, wie ihr seht. Toll geschmückt, die Verantwortlichen haben sich da sehr viele Gedanken gemacht und es ist wichtig, dass alle gemeinsam feiern können. Hi, wir sind hier bei der Herbert Gruppe. Wir freuen uns, dass sie zahlreich erschienen sind und wir wollen jetzt das Jahr 2022 ausklingen lassen. Dazu Prost! Bis zum nächsten Mal.